In der letzten Episode. Klingt sie gleich anders hinter der Maske. Vielleicht sollte man sie einfach die ganze Zeit auflassen. Bitte was? Ist ja der Hammer. Warum setzt du dich nicht mittig? Ich bin nicht so breit. Ja, das mit dem Essen, das ist tatsächlich... Was? Echt? Essen oder trinken mit einer Handschutzmaske nicht mehr? Verfluchst du? Weiß nicht was sie sagt. Keine Ahnung. Ja, ja, mach mal. Untätiges Lager. Oder was? Was hast du da gesehen? Ah ja, gut, okay. Und so geht's weiter, hm? Ah, herzlich willkommen bei The Long Dark. Im Schleichermodus in Episode 81. Das ist das untätige Lager oder so ähnlich. Und das ist Nebel mit Sturm nennt sich das. Das schnaufende Lieschen hier. Und das sind die leeren Wölfe. Ja, wir haben noch gar nicht die Hütten durchsucht hier. Und trotzdem ist sie völlig am Ende. Wie viel sagt eigentlich das Gewicht? Trotzdem haben wir 53 Kilo, alter Schwede. Ja, wir waren in der letzten Folge tatsächlich in der Mine. Auch im giftigen Bereich. Beziehungsweise in einem giftigen Bereich, so muss man das sagen. Das heißt ja nicht in dem, sondern in einem. Wir haben gesehen, dass die Filter sich extrem schnell verbrauchen. Da gibt's Betten, sehr schön. Das siehst du dann hier drin. Gut. Alles klar. Da haben wir auf jeden Fall was zu essen. Das ist so ein Dauerthema hier. Ja, die Überladung ist übrigens auch so ein Dauerthema. Und ja, wir haben uns unseren Bonus aber noch. Pfeilspitze. Und Stoff. Noch mehr Stiefel. Alter liegt ein Settel sehe ich grad. Ich müsste mal durch die Kantine gucken. Vielleicht liegt da irgendwo ein Rezept. Werkbau Newsletter. Neue Möglichkeiten auf den Uranmärkten. Immer mehr kanadische Minenbetreiber wenden sich der Uranproduktion zu. Während die Lizenzvergabe und die schwache Kapitalunterstützung des Wachstums des Sektors weiterhin bremsen, wurden mehrere ehrgeizige Projekte bereits erfolgreich auf den Weg gebracht. Und weitere stehen in den Startlöchern. Die Aufsichtsbehörden sind auch bestrebte, nicht lizenzierte Betriebe zu unterbinden, sobald sie auftauchen. Doch mit jeder neuen Energiekrise wenden sich viele bestehende Minen dem Uran zu, um ihr Kerngeschäft zu sichern. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Das Kerngeschäft. Achso, da waren wir schon dran. Ah, ist jetzt auch mal die Tür zugemacht. Okay. Den Bettrahmen kannst du nicht auseinander nehmen. Ein Karton. Wollen wir wenigstens was zu futtern. Der Rest ist alles irgendwie unnütz. Oh, es beginnt mal zu schneien. Oh, die Futterecke. Sehr schön. Das ist genau das Richtige. Lampenöl, okay. Das Futter ist wichtiger, meine Güte. Wir haben genug Öl. Das ist kein Problem. Dann gehen wir mal langsam in die Duschen. Ist auch reichlich Stoff. Die offenen Toiletten, natürlich. Wahrscheinlich alle mit Wasser, okay. Wie viel Wasser haben wir eigentlich? Nur 4,5 Liter. Okay, das lassen wir erstmal drinnen. Das passt insoweit. Industrie Toilette. Da ist so ein Vorteil, wenn man nicht so groß ist. Das andere Haus müssen wir am nächsten Tag mal durchsuchen. Dann sind wir hier schon durch. Das ist ja der Hammer. Komm, wir nehmen mal das Bett mit dem roten Kissen. Da gibt es zwar keine Decke, aber das macht nichts. Ja, rotes Kissen heißt keine Decke. Ein Mannschaftsschlafsalbe, eine Fresse. Das ist schon krass. Ja, viele kaputte Sachen, okay. Gut, da haben wir jetzt erstmal genügend zu futtern. Ja, die Stiefel. Dann machen wir den klassischen Fall mit den Stiefeln. Weg damit, heißt der. Und dann heißt es auch weg damit und zwar ins Bett. Wir sind viel zu spät schon wieder. Wie ist denn das? Wir haben noch knapp 500 frei. Ja, komm. Dann nehmen wir hier zwei Limos. Und haben wir da noch was frei? Muss ich mal grad mal gucken. Ne, haben wir nicht, okay. Dann gibt es nur Wasser. Meine Fresse. 57 Kilo auf. Gute Nacht. Nachts ist ein Blizzard durchgezogen. So, wir müssen mal ablegen. Äh, beziehungsweise müssen wir erstmal essen. Ach, naja. Ah, leckeres Essen. So, was haben wir noch frei? 250. Das reicht dafür nicht. Dafür reicht es auch nicht. Okay. Okay. Äh, dann schmeißen wir erstmal raus, was kaputt ist. Betrinken. Okay, die können erstmal raus. Und dann hier nochmal, ja komm, schmeiß erstmal nur ein Liter raus. So. Und dann heißt es hier erleichtern. So. Okay, 41 Kilo ist immer noch üppig. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, auf Gift zu stoßen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht reichen zwei. Gut, wir legen das hier auch nur ab. Naja, schönes Wetter. Das heißt, schon wieder diesen Nebel nachher. Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Was ist das? Bist du der Vorarbeiter? Nein. Ah, der lokale Holzkohlehändler. Das ist anscheinend die leere Hütte. Naja, gut. Noch mehr Stoff. Naja, okay, gut. Das, halt. Das ist viel wichtiger. Ist mir auch egal, ob das kaputt ist oder nicht. Rinderwert sag ich da nur. Weder so eine darfliche Lampa, verdammt. So. Das Futterlager ist leider leer. Dann haben wir hier noch ein bisschen Tabletten. Gegen den Schmerz. Ja. Okay. Immer noch nicht den Vorarbeiter gefunden. Verdammt. Wo ist der nur? Ja, da müsste man vielleicht da oben die Gegend mal ein bisschen unsicher machen. Wir machen uns erstmal leicht. Ja, da drüben liegt nur einer leider. Die anderen leben noch. Das Schöne ist, das Brecheisen ist schon auf 86% runter. Und ja, wir haben es mit 100% gefunden. Okay. Da hinten ist schon wieder Gift. Aber wir können mal zumindest mal den Waggon angucken. Okay, das sind alle Häuser hier. Drei Stück. Und hier ist dann der lokale Bahnhof gewesen. Siehst du mich nicht? Anscheinend nicht. Von hinten. Naja. Naja. Das mit dem Gift ist halt echt blöd. Der andere ist auf seinem rechten Auge blind anscheinend. Das ist natürlich jetzt schon ein Traum, ja. Das ist aber, wie viel Vertrags, du Junge. Das ist nochmal wie viel Vertrags, du Junge. Das ist aber, wie viel Vertrags ist, du Junge. Die Mütze hat natürlich gerissen. Wo ist hier ein Wolf? Manchmal tut es halt weh. Fragt man sich schon, wie viele Wölfe gibt es hier eigentlich? Ne Quatsch, ich wollte gerade sagen, es gibt hier noch einen Elch, das sind nur die kaputten Bäume. Okay, da scheint auch ein Weg rauf zu gehen. Ja, also ja, okay, ein virtueller Hochstieg. Da ist die Hose. Wie kann man die reparieren? Mit Stoff einfach nur echt? Das ist natürlich praktisch. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein komplettes Set. Das ist auch nicht schlecht. Da steht ein Wolf, aber es sind nur Fässer. Wenn das hier so rauf geht, müssen wir ein bisschen Holz sammeln auch. Übrigens relativ kalt, tatsächlich. Da oben gibt es schon wieder Wölfe, echt? Da unten gibt es schon wieder Wölfe, echt? Ja, wenn es okay ist. Meine Güte. Echt, du nimmst den Revolver weg? Obwohl, du hattest den noch. Ah ja gut, da gibt es schon wieder. Schneller. Also mal aufhören, über meine Musik kaputt zu machen. Du kommst von dort, okay? So gehen wir relativ schnell durch die Munition. Ja, kannst du bitte den Stock nehmen? So. Na ja, dann gehen wir hier runter. Nimm den Stock noch mit. So viel Holz, wie es in einem großen Gebäude gibt. Naja. Und so wenig gibt es fast hier außenrum. Viele Wege hier. Okay. Dann schauen wir mal, was hier ist. Das sieht auf jeden Fall wieder giftig aus da drüben. Fast so, als müssten wir uns dann hier zumindest mal umkleiden, was die äußere Lage betrifft. Das ist gar nicht mal so sehr das Vergiftungsrisiko. Es ist einfach diese... Ja, ja, ja. Unterkühlung. So. Der Schaden an der Kleidung, da geht es schon wieder in die Höhle rein. Hier kommst du raus. Echt? Was ist das denn für eine Mechanik? Einfach mal so ein... Ein Endbahnhof. Da hat man dann die ganzen Müll rausgeworfen oder was? Ein kaputter Container ist natürlich extrem hilfreich. Muss ich richtig gut aufwärmen. Ja. Wenigstens gibt es hier Holz. Gequälte Unterkunft. Das sind alle so Spezialnamen hier. Ist das vielleicht auch so was wie Windschatten oder wie ist das hier? Wie ist das im Windschatten? Minus 5 Grad. Oh, die Schlaflosigkeit ist geheilt. Dafür, dass du Schlaflosigkeit hast, könntest du echt gut schlafen heute Nacht. Da hinten ist ein Aaronschösslinger. Hashtag Travois. Sag mal, warum nimmst du die Stöcke nicht mit? Ja, ich weiß. Es ist... Hier gibt es keine Höhlen. Ein bisschen... Ein bisschen eklig. Ja, der Sturm ist gerade nicht so geil. Sonst wäre das Reh natürlich sehr extrem interessant. Aber... Da gibt es noch Kaninchen. So, der kommt mit. Und kommt direkt vor dort, oder? Okay. Okay. Nochmal. Im Schlafsack. Warmwarten. Meine Fresse. Sonst hat das eigentlich kaum gelitten, oder? Ja, schon ein bisschen. Und dort halt. Wie würde was? Die haben die exakt selben Werte? Hä? Na gut. Ist ein Bug. Tja. Das muss sein. Hallo? Ich drücke die rechte Maustaste. Achso, das funktioniert ja andersrum. Stimmt. Ja. Da geht immer noch die Temperatur runter. Ja, bis du da mal den Bogen gezückt hast, da ist das Reh schon wieder über alle Berge. Ja. Ne, muss ja nicht schießen. Ah, jetzt geht die Temperatur rauf. Okay. Okay. da hinten. Ja. 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 Okay. Es stöckelst da oben auf dem Felsen herum. Ach nö, nicht schon wieder. Ach, Hinterland. Oh, Schösslinge. Ah, das ist da hinten anscheinend umgefallen. Okay. Ja, das ist, also ich finde das persönlich sehr extrem anstrengend mit diesem mit diesem Klimmernebel. Das ist einfach so unnütz. Das ist auch so ein Ding, was überhaupt nicht in das Spiel passt, finde ich persönlich. Wo ist es hingefallen? Das ist rüben, okay. Das ist da vorne, oder was? Sieht fast so aus. Ja. Da hat sogar noch den Pfeil verloren. Gut, dann machen wir uns jetzt erstmal warm. Wir haben nur einen Pfeil beschleunigt. Okay. Alles klar. Gut. Haben wir ein Buch dabei? Ja. Okay. Es geht hier durch jede Facke einzeln. Nein, haben wir nicht. Gut. Gut. Da haben wir nichts. Gut. Dann gibt es ihm ja. Ja. 100%. Okay. Wenn du Streichholz nimmst du 95. Gut. Alles klar. Dann gib ihm. Ja, das ist einfach schön. Das Wetter dann automatisch heißt, du hast diesen scheiß Nebel, finde ich jetzt nicht so gut. Gut. Das kann schon mal rennen. Alles klar. Wir nehmen natürlich die Haut mit. Das nehmen wir aber beziehungsweise erstmal das Fleisch. Zwei Stück. 8 Minuten. Ja. Hast du geschafft. Okay. Alles klar. Da sind noch Federn aufgetaucht von nicht vorhandenen Federviechern. Gut. So. Gut. Das machen wir natürlich klassischerweise mit der Hand. So viel Zeit haben wir. Ja. So. Acht Minuten. Okay. Das passt ja gerade. Perfekt. Weiter geht's. Da ist noch was dran. So, das geht besser ohne Bogen. Ja komm, Rinder mit. Wir müssen das natürlich runter tragen, aber alles zu seiner Zeit. Du musst da auch immer erst reinstechen, sonst macht das keinen Spaß. 29 Minuten, das ganze mit der Hand. Ja komm, erst mal nur den halben Dorn. Hat sich da das Ohr noch bewegt? So, dann den nächsten. Bin mal gespannt wann es aufklart. Ich würde ja sagen gar nicht oder für die Aurora dann. Gut, das holen wir wieder mit dem Messerchen raus. Mal reinstechen. Yes, du findest es. Gut, alles klar. Und das wieder raus. Es ist gleich fertig. Und das passt genau. Tja, wenn man wenigstens was zum Lernen hätte. So, das ist jetzt leer. Und das schöne ist, wir waren auch nicht in 20 Kilometer Höhe. Dann schaue ich doch mal in die Kleidung. Wenn du das reparierst, dauert genau 40 Minuten. Okay, dann machst du das mal. Irgendwann müssen wir es ja machen. Sehr schön. Doch, es ist da. Gut. Ja, ich lasse das jetzt auch aus. Es ist auch völlig egal. Äh, was können wir noch machen? Wie ist es mit der Hose? Ah, 49 Prozent. Okay. Handschuhe sind es auf jeden Fall. Jaja, Schlaflosigkeit. Mensch, Holzkohle. Hier war nichts. So, wie kriegt man das Zeug jetzt weg? Das ist echt nicht gut. Gut. Wie ist es mit den Hosen? Das sind glaube ich 33 Prozent. Ja, komm. Dann reparierst du jetzt gerade mal noch die Unterhose. Eine Stunde. Ah ja. Wird. Alles klar. Ja, ja. Schon. Nein, ist es nicht. So. Das kommt jetzt runter ins Lager. Das heißt, da hinten in dem Bereich. Das wäre das. Ach, da gibt es sogar. Muss ja ein bisschen aufpassen. Ich gehe aber lieber ein bisschen auf der Seite lang. Weil wenn der Wolf da über die Welle kommt, dann ist er sehr, sehr, sehr nah. Das fühlt sich nicht so wirklich gut an. Ich muss ein bisschen entgegen kommen, weil sonst kommt er da wirklich ungut. Guck mal wieder. Yes, er ist ganz wild. Gut. Ah. Hm. Die ganze Region ist voller Mistviecher. Ist hier auch ein Haus oder ist hier alles kaputt? kaputt. Das sieht eher nach der kaputten Variante aus. So auf jeden Fall. Was zum Grillen. Noch ein Topf. Schmeißen wir es erstmal hier weg. Chefsiedlung. Na gut, alles klar. Chefsiedlung. Mit Aussicht. Jaja, wir müssen noch ein bisschen gucken, dass wir hier für die Nacht was vorbereiten. Okay, alles klar. Nur so rum. Das ist aber nicht das Polaroid. Das ist jetzt einfach gerade oberhalb nur. Da unten sind die Häuser da irgendwo. Es sind anscheinend immer noch Wölfe da. Verdammt. Da hinten auch noch. Okay. Das ist nicht gut. So. Was hat der Chef hier so gehabt? Ja, okay. Yes. Was ist das hier? Neue Ecke. Komm, her damit. Wir haben noch nicht so wirklich viel Holz dabei. Mieschen kommen wir damit rum, auf das auf jeden Fall. Hallo Wind. Was bringst du diesmal? Da drüben ist auch eine Brücke echt. Kletter. Und noch mehr Holz. So schäfig ist die Siedlung ja nicht. Das sind Kaninchen. Und obwohl hier so viel Holz ist, kannst du eigentlich nichts daraus gewinnen. Das ist echt ein bisschen bekloppt. Theoretisch solltest du es eigentlich komplett auseinander nehmen. Das würdest du auch nicht machen. Hm. Na ja, trink erst mal. So. Wir schauen mal, ob da irgendwas Sinnvolles zu sehen ist. Aus dieser extremen Schlucht. Ich frage mich, wie man da reinkommt. Das fragt man sich da schon. Eine Höhle gibt es hier. Das ist nicht schlecht. Schlafen wir dann hier drin. Was? Verstecktes Gerüstbauers. Ich sehe nichts. Ich weiß, dass es mit der Laterne nicht wirklich sinnvoll und nicht viel hilft. Aber... Zumindest eine Cola. Zwei Kohlen. Verstecktes Gerüstbauers. Was ist das für ein Name? Hier ist überhaupt nichts. Was willst du, wenn das in der Richtung geht? Die Richtung geht. Was ist das hier vorne? Ist auch noch warm. Okay. Alles klar. Laterne wieder aus. Wir haben noch Zeit. Okay. Okay. Dann lass uns mal an der Mütze rumschrauben. Gut. Weil bevor die kaputt geht, das wäre dann auch nicht so gut. Ist das auch eine Cola? Ne, das sah nur so aus. Okay. Das wird so... Ah, knapp. Aber wir könnten eigentlich schon mal schlafen. Es ist relativ warm. Machst du erstmal sechs Stunden. Zumindest hat der Sturm. Ah, wir haben wieder Nebel. Hm? Was immer das für den nächsten Tag heißt. Es gibt hier nicht so viele Wettervarianten. Gute Nacht. Und ich sag mal, dichter Nebel. Alles klar. Hm? Ja, das passt ja soweit vom Prinzip schon. Dann machen wir uns jetzt mal an der Hose zu schaffen. Und wenn ich so warte. Hm? Oh, viel heller. Anderes ist ein Ergelzeug. Vielleicht brauchen wir das noch. Gut. Da ist es jetzt auf jeden Fall insgesamt mal wieder wärmer. Da stehen wir jetzt bei was? 23,7 Grad. Das ist nicht so wirklich krass. Aber hey. Die kommt auch nicht so wirklich hoch. Anderthalb und ein Grad. Das ist dann wirklich nur so, dass du sagst, okay, du ziehst sie halt an. Aber also wirklich extrem hilfreich ist das halt nicht. Okay. Gut. Dann warten wir einfach. Bis sich das vielleicht mal bessert. Und trotzdem ist es so kalt. Okay. Es ist jetzt gerade aufgeklart. Wir machen jetzt erstmal den Gang hinunter in die... Ja, genau. In dieses untätige Lager oder wie das heißt. Auch wenn wir da wahrscheinlich auf Wölfe stoßen. Wieder mal. Und die sind richtig krass, wenn die Lunte gerochen haben. Das sind ja nochmal schneller. Das wundert mir sich schon. Ich meine, die haben eigentlich kaum noch Energie, aber können es trotzdem anscheinend. So, dann schauen wir mal hinten vorbei. Ja, ja, ja. Okay. Geht da nicht weiter. Gut. Alles klar. Und du kommst wieder raus. Gut. Das ist das Wichtigste halt. Ja, dass du die dich auch auseinandernehmen kannst. Ach, da gibt's auch noch was zu essen. Apropos. Rinder mit. Was wir gegessen haben, müssen wir nicht tragen. Das ist ganz einfach. Doch, doch. Jetzt hatte ich ja mit dem Vorarbeiter gerechnet. Jetzt ist auch wieder keiner da. Hm. Dass du diesen Schlüssel brauchst. Ja, wir versuchen ja unser Obst und Gemüse jetzt hier irgendwie so von einem regionalen Zulieferer liefern zu lassen. Das sind ja halt auch regionale Bauernhöfe als Lieferanten hat. Ach, da. Und, äh, nice. Ja, 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 komm. Gib das mal weg. Ja, da war in irgendeinem Obst vermutlich. Da waren Fruchtfliegen drin. Jetzt kriegen wir diese scheiß Fruchtfliegen nicht weg. Das ist wie so eine Kretze. Weil die, 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 die gucken ja einfach was für sie passt und dann setzt sich darauf ab. Das heißt, du müsstest eigentlich permanent, jedes Mal wenn du irgendwie, ähm, sagen wir mal, du willst jetzt kochen und hast dann halt Abfälle. Das heißt, Kartoffelschalen, Möhrenschalen und so weiter. Oder die Reste halt einfach. Das ist für die angefundenen Fress. Das müsste ich jedes Mal wegschaffen. Die Mülltonne runter. Weil die sonst in den Mülleimer und so wahrscheinlich reinkriechen. Jetzt haben wir schon überall Fallen aufgestellt. Aber das sieht irgendwie nicht wirklich danach aus. Ich hab das auch schon mit Essig versucht. Das war mein erster Versuch. Mit so einem, ähm, Uch, das leuchtet aber sehr weiß. Ja, mit so einem, ähm, na. Ich sag schon so Abfelessig. Aber das hat, das hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Ich will nichts sagen, aber das weiß, das passt nicht so ganz. Das ist Uranweiß. Okay. Dann leg mal erstmal wieder ab. Ja, die Häuser sehen eigentlich aus, als wäre Tag oder so. Also auch, das ist ja nicht nur das Dach. Das ist ja auch das Haus selber. So. Achso, ich dachte da läuft was. Da. Das sieht so aus, aber das ist wieder der, das von der Lampe. Das ist nämlich weg. Da ist eigentlich eine Laterne. Oder eine Lampe oder so. Gibt das bei so einem Modell, dass da die Lampe war. Und die haben sie dann weggenommen. Und den Schnee aber gelassen bei bestimmten Entfernungen. So, na dann. Dann kann hier schon mal ein bisschen was lostrocknen. Aber mit ein bisschen meine ich extrem viel. Alles klar. Das Fleisch liegt hier vor die Tür. Es klart auf. Das heißt, es gibt wieder heute Nebel. Ja, ich lach noch. Okay. Ja, das Holz. Wir nehmen das mal mit. Wir kommen da leider nicht drum rum. Ja, Medizin. Das passt soweit. Stoff. Die Arbeitsschutzhose. Die lassen wir jetzt da, weil wir das komplette Set nicht haben. Okay. Was können wir noch da lassen? Außer die 15 Hülsen. Ja, ich sag ja. Das geht gut runter. Die Hälfte der Holzkohle reicht. Die Federn bleiben alle da. Der Rest kommt mit. Wir sind schon wieder warm, echt. Haben wir hier Wasser abgestellt? Wahrscheinlich vorne in dem Gemeinschaftshaus, schätze ich mal. Bist du noch mal? Wir sind jetzt einfach mal komplett voll. Ja, da läuft schon wieder ein Wolf. Das kann doch nicht wahr sein. Wie schnell kommt die denn wieder? Zwölf Stunden. Das sind die Bretter noch schnell gekommen vor den Fenstern. Okay. Ich sehe schon. Sie haben den Eingang absichtlich weit weg gemacht, damit man da nicht so schnell in die Küche kann. Beziehungsweise man könnte natürlich auch den vorderen nehmen. Ne, wir haben hier nichts stehen. Ah ja, ist auch noch ein Kaninchen. Okay. Ja komm, das nehmen wir gerade mal mit. Ne, entscheidend haben wir gar nicht so viel Wasser gekocht hier. Ne, das ist auch die falsche Taste. Wollte hier zwei. Wie kommt man denn hier raus? Das kann doch nicht sein. Hm. Okay. Zumindest sind wir jetzt mal satt. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt ist die Frage. Gehen wir da oben lang oder gehen wir hier vorne weiter in die Tiefe der Region? Ja, die scheiß Wölfe. Also Krähen-Spender, das ist noch das einzige, als dass man die bezeichnen kann. Ansonsten ist es wirklich unnütz, die Existenz dieser Spezies. So, Waggon waren wir jetzt schon. Ja, da vorne sind wieder Krähen. Mitten im Gift wahrscheinlich oder so. Ne, ist ein Zugrennen. Hm. Ja, viel gibt die Region tatsächlich nicht her. Das muss man leider sagen. Also klar, die ganzen Funde halt, die du halt in der Mine hast. Da müssen wir ja eh nochmal zurück. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das müssen wir dann halt machen, wenn mal wieder schlechtes Wetterchen ist. Oder nachts. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Wie ist das eigentlich mit dem Polaroid hier? Gib mir mal das Polaroid. Wo waren das wieder? Hier. Oh, so viele haben wir. Das ja da haben wir. Wieso haben wir nur zwei? Echt, haben wir nur zwei? Das war ja gut geschrieben, alter Schwede. Okay. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass es diese Region ist. Sieht voll nach Wolfsberg aus irgendwie oder so. Ist ja echt sowas wie Bunker. Ja. Der ist aber leer hier. Natürlich. Natürlich. Wäre ja auch noch schöner. Ich hätte das Gewehr mitbringen sollen. Da könnte man die wenigsten aus der Ferne aufs Korn nehmen. So, aus der kurzen Distanz ist das halt ein bisschen so ein Gamble. Okay. Aber wir haben genug Stoff hier. Das ist tatsächlich das Positive daran. Das sind doch wieder drei oder so. Das sind doch wieder drei oder so. Das war jetzt notwendig. Echt. Anscheinend schon. Was hast du sonst noch? Schmerzen? Schlaflosigkeit? 64 Stunden. Das habe ich schon wieder vergessen. Hoch, es blitzt. Ja, das ist eine Mod. Eine was auch immer Mod. Ich weiß es nicht, was es für eine Mod ist. Das funktioniert tatsächlich nur so. Wo ist der andere jetzt hin? Kommen wir da überhaupt hinten durch? Naja, ich fürchte wir müssen uns echt diesen kompletten Giftschutz holen. Weil das Problem ist halt, wir kommen sonst überall nicht durch. Ja, Junge, es ist auch wirklich irgendwann mal genug. Weil der nimmt die Kleidung gleich wieder Schaden. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Aber wir nehmen ein paar Rohrkolben. Oh, hier gibt es schwebendes Eis. Das ist ja der Hammer. Yes. Kannst du das mitnehmen. Das ist luftiges Eis. Okay, dann haben wir wenigstens mal einen Plan. Wir gehen erstmal komplett wieder zurück zu diesem Kompressorhaus. Dekonzentrator. So heißt das Ding. Ähm. Ja. Wir müssen uns erstmal mit dem kompletten Schutzset ausstatten. Da müssen wir dann mal gucken, wie man dann durch dieses Gifttümpel kommt. Das heißt, es ist ein komplettes Set. Das heißt, wenn du den Helm aufsetzt, die Jacke anziehst, die Hose anziehst und die Stiefel anziehst, dann solltest du eigentlich meiner Meinung nach durch diese giftige Brühe einfach so durchlaufen können. Dass das dann so ist, wird man dann noch sehen. Bahnwärterwinkel. Okay. Ja, okay. Ich wäre nicht darauf gekommen, dass das hier eine Bedeutung hat. Wieso hat das eine Bedeutung? Wegen dem Gift oder was? Ja, das ist typisch für Bahnwärter. Vielleicht da hinten drin oder so. Keine Ahnung. Also richtig rennen. Das ist ja der Hammer. Sind wir da echt so gut? Huch, da ist wieder giftig. Sind wir da so gut dabei? Hm. Doch, wieso sind das schon wieder zwei? Wie schnell kommen die denn zurück? Okay, Bärke, bring hier 200 Schuss mit, Minimum. Und in den Schusswaffenprozent fürchte ich fast. Ach du Schande. 38 Prozent. Da kommen wir nicht mehr lange weit. Wir haben bisher glaube ich noch kein Schusswaffenprozent gefunden. Das heißt, den Rest müssen wir da alles mit Pfeile und Bogen machen. Dann bin ich froh, dass wir 15 Pfeile dabei haben. Ja, wir müssen uns auch mal auffärmen. Guck mal Gas. Dann werden wir uns erstmal runter schleppen müssen. Leider gibt es hier keine Speichermöglichkeiten. Deswegen muss ich jetzt leider eine Stunde warten. Das Einzige, was ich machen kann, um zu speichern. Oder die Gute mal schlafen legen. Das wäre natürlich auch die Möglichkeit. Etwas hatte ich aufgeweckt. Haben wir schon... Ist schon wieder Glimmernebel? Nee, ist nicht. Hast du das Spiel jetzt gespeichert oder nicht? Verdammt. Es speichert. Okay, alles klar. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Etwas hat es aufgeweckt. Wir können so am Tag nicht schlafen. Okay, wenn du diese Schlaflosigkeit hast. Alles klar. Dann versuchen wir in der nächsten Folge erstmal zurückzukommen. Zum Konzentrator. Wird halt ein schwerer Gang. Was willst du machen? Wir müssen den Revolver leider beerdigen. Außer wir haben ein Schusswaffenputz-Set. Das wird noch knifflig, alter Schwede. Pfeile und Bögen... Also Pfeile basteln ist kein Problem. Wir haben noch jede Menge Schlösslinge gefunden. Aber ja, schön ist anders. Es gibt aber noch ein paar Sachen, die man durchguckt. Da oben ist noch eine Ecke. Da hinten ist noch eine Ecke. Wir müssen noch um die Mine runter. Wie sieht es da hinten aus? Also dahinter sozusagen hinter der... Wie heißt es? Dieser Grube sozusagen. Und wie ist es mit diesem Set? Wenn du das an hast, kannst du dann wirklich durch den Tümpel warten. Weil da gibt es ja dann da hinten, wo dieses eine Gleis aus dem Berg kam. Da könnte man dann auch noch mal rein. Oje, oje. Es wird noch interessant. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche keinen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ich äñowinde Gleisers von Butami Gleisers von Veraw